Wie würden Sie sich selbst beschreiben? Sehr intelligent. Unglaublich gut aussehend. Wahnsinnig talentiert und über die Maßen bescheiden. Was inspiriert Sie zu Ihrer Kunst? Das Chaos. Inwiefern das Chaos? Man muss doch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Was würden Sie sagen ist Ihr Beruf? Oder besser gesagt Ihre Berufung? Ich bin Erfinder. Selbst Erfinder. R Ö D I G E R Rüdiger 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 Rüriger